jo leute was geht ich bin euer gaming mit einem sehr geilen lustigen video und zwar ich habe einen camper getroffen der ganze video voll lustig geworden würde mich fett freuen wenn ihr bis zum schluss dran bleiben würde und falls ihr lust habt könnt ihr den creator code angiva 777 in der eintrag eintragen würde mich auf kostfreie lehren ihre mode was es fett unterstützen und nicht zu vergessen folgt auf instagram gaming unterricht nicht die unterstrich 17 heute das auch noch nicht getan hat habe spaß mit dem video war noch immer erst gönnt das video war fett gelungen wir sehen uns im nächsten stream im nächsten video haut rein viel spaß im video ich bin echt gespannt rigger wie die ohne zirr ich bin echt gespannt rigger wie die ohne zirr wer hat sich das ganze an uns getrennt seitdem der kürzer das ist es kommt herr der blöden schatzi da da wo steht herr Nein, 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 mach das! Nee, ne, Bruder, mehr rennt nicht gefahren. Schmeckt das einfach, der du, der von 10 Kopper. Ey, geh, wenn man diese Tür auf den Mannschaft rauskommt. Armer Tief, Digger, das war ein bisschen leicht, hat denn nichts. Blaui, blubi, 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 keine, ja. Klipschi, klipschi Ich kann nur die heißen Digga, ich kann mich easy holen, ich bin so low Aber das wird sich verfehlen Digga, haben die sich gerade selber schaden gemacht Aber ich hab auch leer Keine Max mehr Oh, jetzt haben die, glaube ich, gefälscht Das mit dem, ich bin so verschlossen Dann Na klar, ich hab jetzt Oh Gott Komm, peek Digga, fack mir den Weg Digga, ich kann mich abbegehen Fack, ohne zu und alle, ich will mich dauernd nicht, Digga schießen Ich will mich abbegehen nicht Lol, ich bin kein Voll-Damage Ich schwör Bedef Warte, lost der Gegner Bloom, Bloom, war da Na ja, egal, ich hab ihn easy to get, noch kurz bekommen Ja 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 Köln schmeckt Köln der 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 die in die Konferenz werden den Skins von 1 bis 10 das war das für diese Flächen der noch einer der er schon ein bisschen besser zu sein und ich konnte mal 3 das hat sich mit der hunde vor mit und für grad schießen die Verlösen der Verlösen kommt auch ich weiß nicht auch so er hat er mit er hat mit der Verlösen und für den nächsten nicht aufzunehmen er hat so neuner Mensch, komm mal, Mann, das ist halt ein Mad Kid, Digga. Ansonsten würde der mich so... nicht so gut machen. Ach, da hab ich dich. Genau. Was hätten wir? Ein Zehner drauf, dass er ein Mitglied hatte. Zehner drauf. Er hat den Mad Kid. So. Sieben Kölsch, Maka. Egal, ich bin doll auf. Oh, ja. Opa. Mann, hey, Leute, voll wurscht er. Ne, egal, der hat noch ein Big Nuss. Ne, nicht mehr kurz. Noch 10 Gegner, Digga. Laber mir keinen, Digga. Komm, Digga, ich guck jetzt Just for Fun, guck ich jetzt zu, Digga. Just for Fun, guck ich jetzt auch noch mal zu. Digga, der Hader war ja gerade anders schmackhaft von dem Typen. Und meine... Und auch, Digga. Herr, Digga, der hatte aber auch die besten Waffen, ne. Ne, epische Auge und... Da hinten ist ein Big Nuss. So ein Lappen-Degger. Hat natürlich eine goldene Spaß. Nicht schlechter. Ja, jetzt... Jetzt wird von dem Typen aber auch was sehen, Digga ohne Witz. Oh. Endzone. Gucken wir jetzt. Hammer kann halt nicht sehen, wie viel mit hat, Digga. Das ist so ein Abfall. So. Ja, Jungelech, ich kriege, er läuft noch heute. Digga, Mama. Von Spaß. Da ist niemand mehr. Da ist nur ein Big Nuss, du dir reinziehen kannst. Alter, Halter. So. Ich will... Ich lach so, wenn da jetzt jemand im Busch ist, Digga. Hahahaha. Hahahaha. Boah, Digga. Wah, ich hab mich... Meine Frau Vanellie gerade ist voll drauf geschwuckt. Wah, Digga. Hahaha. Was ist ein Lappen, Digga? Ey, bester Spiel. Da wird richtig weg. Ich hab weggekämt. Pah. Hahahaha. So, wie hat's dir, Digga? Richtes Gameplay. Hier. Was macht der da, Digga? Digga, was ist in seiner Mission? Digger, was ist in seinem Mission? Hahahaha. Kein, was ist in seiner Mission? schützt da das ist aber nicht auf ihn gerichtet der Heiz er hat mich schwer er kommt auf der Aktion Brüder geht auf jeden Fall grüßeliger Nohomotel der Gansettel die Witz Nohomotel aber die Götter der ihre Aktion gerade aber anders ihre Aktionen jungen der 10 verzehrt aber er zockt glaube ich seit dem Backpack mit diesen 3 oder schreibt mir mal in die Kommentare rein was das für ein Backpack ist ich ich munke das ist von diesen 3 ich bin auch nicht ganz sicher seit was er kann wir haben jetzt hier jetzt hier haben sie doch jungen weiter 6 6 ist eine eigene Deckung weg ja alle geordneten also im baumisches ist es nicht der beste ich sage auch mit ihr ich schwöre jetzt hier er braucht absolut freiheitlich und er schießt jetzt hier auch für die die vor der Welt jetzt gibt es die Machtwoch Null Stress dann schießen er ist freisch ist auch er der Typ die Wortmacht wohl Maschalli ich gebe ich mich verbrauchen ich bin absolut verkommen wenn der hier auch noch holt jeder der draußen ist der action nein nein ich habe gerade nicht real talk hat einen scheiß kämpfer gefunden wie süß ist das denn ich frage mich dass es solche leute noch so gibt junge ich finde das gerade voll nur mit der 9 an einem typen däger ein ehrenmann der fahrer den wert auf ihr süß oder könnte mir sagen weil der typ ist ist schon süß dann gucke ich mal wieder so sie ist cute so hoch und ich hoffe ihr wisst du hast mal drei medkircs es gibt es sieht sich da so ganz leicht vorsichtig wenn elwin holt ich könnte ich könnte sie von herzen ich könnte einfach nur von herzen an ehrenmann so jetzt hier ich glaube bei dem event nicht für lexen lexen sehen dann hier durch die cd autoführerschein in der richtigen geberten über die ecke toller wo alle reingepasst haben kann man so sehen kann man auch so sehen schon so ein bänster schon so auch wenn er ist es steht in dieser platz enthält in plant die den topf pflanzet schilder der jahre die karte ist sie ist es ist der kleine racker der gar ein ehrenmann so der jetzt kommt hier aber ich glaube ich werde ich keine ex zu sehen und gibt es durchs stadt irgendwas finden ich hab ich glaube ich hab der markt mit der wachter und das und den besten und einer marktrichtigsteiger also letztlich oder schaust oder schaust der kreis nicht schadet die dricks und schaden die macht ihr das haben schadet aber egal hatte noch noch damit ist die füße ich hätte dieser pflanze stellt das ist das ist so ein ökotyp der macht selber das fsj des fj an die freundin die nicht wissen und es ist ein freiwilliges soziales jahr und dann fj ist das freiwillige ökologische jahr haben wir gehört in der schule merkt mich das wie süßes ist es ist der tatsächliche er hat gemacht und er wurde er in den pflanzen der die lehrmann nun ist die fäcker er gilt sich auch aber er hat kassiert es war mir worden oder es ist schon von ja wo wir wollen jetzt hier zwei mädchen grüne mp könnte es sein aber er hat die golde abwarten die goldene spaß und der blaue er um 6 minuten er ist schon gut vorbereitet und geht jetzt vor ihm es wird aber ich würde jetzt kommt hier bitte zu uns holen 4 4 das ist im Buschdruck der er hat schon Ehre er hat schon Ehre und gedacht ja genau guckte wir wissen ein kleines Fläch aber der andere also bitte bitte du musst ihn holen du musst ihn holen aber der andere gegner scheint schreibt mir jetzt schreibt mir genau jetzt in diesem moment rein eine 1 dass er ihn holt also der leger der das was der süße der fj dass er holt und eine 2 in die kommentar wenn der andere holt genau jetzt in diesem moment würde mich echt interessiert ich bin also ich sag ernsthaft obwohl es mir ganz schwerfällt vom herz ich sag dass der 2 gewinnt der mit der wird mit Talbot und nicht der Süßling da so wird so wird auch scheiße aber das steht bleibt da stehen alles gut er macht es es wird sie gehen Spannung steigt der 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 egal ich würde es dann abgültig nein von bauers bauers genau die 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 andere zu 90 prozent gewinnt in denen hat der andere gewinnt aber aber er süß er ist einfach nur süß der kleine die es gibt alle da hat ich hoffe inzwischen den beiden lücken zu schießen habt jetzt mit voller kraft ab ich bin über den roten rechten die zeit nicht kriegt die normalen mit voller kraft zeigt es war nicht mit der arbeiter er hat sich nachgeladen mit allen mittelwelten wird jetzt hantiert jetzt kommt und oh mein gott hat er nicht wirklich geholt in den in den in den nicht erzählen ein ehrenmann ich könnte von herzen danke fürs zu sehen viel spaß in meinen anderen streams haut rein wünschen abend euch doch gerne nicht aber es darf wenn die in 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 Vielen Dank.